Anhand von der App GeoGebra Geometrie kann ich auch Symmetrien üben. Ich muss dafür vielleicht die Koordinatengitter aufweisen. Anzwischen nehme ich die Symmetrieachse an, dafür wähle ich gerade, die zwei Punkte. Die Punkte, die gerade gebe ich auch in Raut, aufheben und Punkte sollen nicht aufgewiesen gehen. Voilà. Das ist dann meine Symmetrieachse. Nun zeichne ich ein Fehleck auf dieser Seite von der Symmetrieachse. Hier ist eine beliebige Figur. An diese Figur gebe ich auch ein Spiegel per Apport zu der Symmetrieachse. Ich zeichne dafür wie schon auf der Fehleck und zeichne eine Spiegelfigur von der Figur, die ich noch gerade gemacht habe. Das ist mal ein Expressefehler. Voilà. Das Figur zeichne ich nur für mich gering. Für den Unterschied zu der gespiegelten Figur erkennen. Gering, also Mengenspiegelung, heisst die Originalfigur. Du hast Symmetrieachse. Nun will ich sehen, wie wäre die richtige Spiegelung. Dafür gehe ich auch bei Werkzeuge, Transformationen. Da gibt es eine Funktion, die heißt Spiegel angeraten. Ich fülle dafür für dieses Objekt aus und dann geraten die Spiegelachse aus. Die Haifigur aus meinem Objekt. Ich klicke das unten. Und da klicken die Spiegelachse unten. Und schon gesehen, ich habe die blaue Figur, das ist die Spiegelung von der Dorn. Auch nicht gesehen, da wo ich mich geredet habe bei meiner Figur.